Mit der Nummer 1 Oliver, mit dabei auch die 3 Pammel, die Nummer 5 trägt Fabian und das ist die Nummer 8 Eugenen. Mit der Nummer 9 Eduardo, die Nummer 16 Pimmin, hier ist die 18 Nerdy, unsere Nummer 19 Mark. Die Nummer 25 trägt Nick, und die Nummer 30 Philipp, und die 31 Kevin, auf der Wand mit der Nummer 13 Ersatz-Torhüter Jens, die 4 Erwin, mit dabei auf der Wand auch mit der 10 Joni, und die Nummer 11 Chiloa, und unsere Nummer 15 Charity, die 17 Steven, und die 27 André. Heute Morgen hat er noch eine Prüfung geschehen, heute sitzt er auf der Wand, Junior! Auf geht's, Leute! Auf geht's, Leute! Ich hoffe, die Gämpfe und umziegen! aber wir werden uns mit diesem Spricht garantiert,